Hallo, herzlich willkommen. Ja, es ist schön voll geworden auf dieser Veranstaltung. Zu unserer aller Überraschung ist jetzt die Teilnehmerzahl dann doch extrem nach oben geschossen. Ein paar Plätze sind noch frei, morgen wird es noch voller. Letztes Mal waren wir irgendwie bei 150 Leuten, das hat sich diesmal locker verdoppelt. Das hat uns vor einige organisatorische Herausforderungen gestellt, die wir aber locker haben meistern können, weil wir ein ganz tolles Orga-Team beisammen haben und damit möchten wir mal kurz anfangen. Damit ihr mal wisst, wen ihr hier so ansprechen könnt, wenn Fragen sind. Ich bin mir auch sicher, ihr werdet innerhalb kürzester Zeit genug Kompetenz entwickeln, um auch alle Fragen beantworten zu können, aber wir versuchen euch heute mal eine kurze Vorstellung zu machen, was wichtig ist und dazu ist es ganz wichtig zur Kenntnis zu nehmen, wer hier noch so mitgewirkt hat. Also ich bin Tim, Tim Britlaff und bin immer so ein bisschen schuld, aber hätte das nie und nimmer in irgendeiner Form auch nur ansatzweise alleine lostreten können. Da gab es viel Unterstützung, unter anderem von Stefan. Sag doch mal selber was. Ja, also wir haben uns darum gekümmert, dass wir das hier auch mal im Westen veranstalten und nicht nur in diesem Berlin, wo Tim ansonsten so rumhängt. Wir waren auch in München. Wir waren auch schon in München, aber jetzt sind wir hier endlich mal im Westen. Wir wollen das auch extra so ansagen. Es gibt sehr viel mehr Podcast-Menschen im Westen. Wir haben gestern schon alle eure Namen aufgehangen. Wir kennen euch also alle soweit schon. Und wenn ihr als lebendes Objekt Fragen habt, wie gesagt, wir sind alle Ansprechpartner an diesem Wochenende. Genau. Mein Name ist Klaas Rehse, arbeite hier beim Deutschlandfunk, mache den Radfunk und bin auch Podcaster bei Kolinas Erben und hatte irgendwie die Idee, das mal hierher zu bringen. Muss mich deshalb ganz kurz an der Stelle auch bei ein paar Leuten hier bedanken. Astrid Ravol, meine Chefin im Sport, die gesagt hat, mach das auf jeden Fall, auch wenn du erst ganz kurz hier bist. Der Programmdirektion, Doris Simon, die gesagt hat, klar, unterstützen wir das, finden wir richtig gut. Und Manfred Raths, ist er hier? Ist nicht da, aber er hört uns, ne? Manfred, da hinten bist du. Manfred Raths und sein Team, die hier alles möglich machen, damit wir hier so arbeiten können, wie wir wollen. Deshalb an dieser Stelle bitte einen herzlichen Applaus für Manfred und sein Team. Ja, hallo, auch von mir, Claudia Zotzmann-Koch. Datenschutz-Podcast, Vienna Writers Podcast und seit kürzerem die Desperate House Hackers. Also mittlerweile auch mehrfach zu hören. Ich bin hier, glaube ich, noch kürzer reingestolpert als du. Ich glaube, ich bin, also das ist jetzt meine allererste Subscribe und aus nicht ganz geklärten Gründen stehe ich hier und ihr nicht. Ich versuche aber trotzdem mein Bestes und gelegentlich darf ich mal das Klemmbrett halten. Ja, mein Name ist Daniela Ishorst. Ich bin hauptsächlich dieses Mal oder überhaupt zum ersten Mal für das Programm hauptsächlich zuständig gewesen zur Subscribe. Ansonsten bin ich Podcasterin, mache den Podcast Kunst und Horst und werde morgen auch einen Vortrag halten über podcasterin.org. Hallo, ich bin Jenny Günther. Ich mache den Einmischen-Podcast und bin hier vor allem beim Empfang zuständig. Und sonst, wenn irgendwelche Fragen sind, kommt auf mich oder am besten die anderen zu. Ja, dann haben wir noch Sebastian, der uns immer viel im Hintergrund mit der Technik hilft. Und Becci, wo bist du? Da bist du, wo bist du, Sebastian? Da stehst du bestimmt auch noch irgendwo rum, oder? Du hast dich wieder versteckt. Sebastian hat sich versteckt. Da ist er. Genau. Hi, ich bin Becci, ich bin die mit dem Handy. Das heißt, wenn ich rumlaufe und Fotos von euch mache, dann kann es sein, dass die am Ende auf dem Twitter-Account von der Subscribe landen. Also alles, was so an Twitter-Kommunikation in den letzten Wochen schon los war und über die nächsten zwei Tage los ist, das war dann wahrscheinlich ich. Ihr könnt einfach mich ansprechen, wenn ihr da irgendwelche Fragen zu habt. Ja, ich bin Sebastian Reimers, ich mache sonst eigentlich Studiolink oder organisiere das Podstock oder bin im Sendegarten zuhören. Noch was vergessen? Ja, und mache halt sehr viel Technik und wenn irgendwas ist, dann liegt es meistens an mir, aber dann fixe ich das auch. Ja. Ja. Gut, Klaas, du bleibst noch hier, Daniela, ne? Oder ihr kommt gleich wieder, genau. Ja, es klang schon an und ist ja mehr als offensichtlich, dass wir hier zu Gast sind beim Deutschlandfunk. Das finden wir ganz toll, dass das geklappt hat und wie schon erwähnt, der Zulauf war dann eben so groß, dass wir am Ende auch ganz dankbar waren dafür, dass wir hier untergekommen sind, weil andere Räumlichkeiten, die wir so bisher hätten, hätten wir damit einfach mal locker gesprengt. Diesmal war es erstmalig so, dass manche überhaupt nicht teilnehmen konnten, weil irgendwann war dann einfach die Kapazität voll. Wir hoffen, dass wir den Charakter der Veranstaltung, zu der ich auch gleich nochmal ein bisschen geschichtlich was erzählen werde, trotzdem beibehalten können, weil es uns sehr, sehr wichtig ist, dass das Ganze hier ein Community-Event ist und bleibt und dass es hier vor allem um den Austausch geht. Und wir hatten natürlich Angst, dass wenn es jetzt zu schnell wächst, dass wir das dann nicht mehr so richtig auf die Workshops skaliert bekommen, etc. pp. Okay, jetzt aber nochmal, schalten wir nochmal kurz zum Deutschlandfunk. Ralf, komm nochmal zu uns. Genau, Ralf Müller-Schmidt von Deutschlandfunk Nova möchte uns jetzt auch nochmal ein paar grüßende Worte sagen, richtig? Ja. Möchtest du das Mikrofon nehmen? Ja, Mikrofon, ich hatte mich schon aufs höhenverstellbare Pult gefreut, tolle Sache. Ich finde es wunderbar, dass so viel los ist bei uns hier im Kammermusiksaal. Eigentlich hatten Sie unseren Programmdirektor erwartet, Andreas Weber, der sich aber entschuldigen lässt. Den hat es heute gleich doppelt erwischt, einmal mit einem Wasserrohrbruch und dann noch mit einem gecancelten Flieger. Und ich glaube, das sind zwei gute Gründe, hier zu fehlen. Und ich freue mich umso mehr, dass ich hier ein paar begrüßende Worte sprechen darf. Wir haben übrigens bei Deutschlandfunk Nova, Tim und ich, wir kennen uns schon aus den Zeiten, als es die Radio Wissen hieß. Und ich habe nochmal heute Morgen bei Wikipedia nachgeguckt, wie das damals so aufgenommen wurde. Und da steht im Eintrag, glaube ich, aus 2010, die Radio Wissen wird kein Radio sein, sondern eine Podcast-Download-Station. Das war damals übrigens von dem Kritiker sehr kritisch gemeint. Das sehen wir heute sehr gelassen und ich würde mal sagen, war ein großes Lob. Ich freue mich jedenfalls sehr und Andreas Weber und übrigens alle hier auch beim Deutschlandfunk freuen uns sehr, dass Sie da sind. Freie Podcast-Szene, hat man schon gemerkt, hier sehr familiäre Atmosphäre, Radiomacher privat, öffentlich-rechtlich. Podcasterinnen, Podcaster aus anderen Medienhäusern und Unternehmen. Ganz herzlich willkommen nochmal hier am Kölner Stadtrand, an unserem Standort hier. Tim hat es gesagt, mein Name ist Ralf Müller-Schmid. Ich bin verantwortlich für Deutschlandfunk Nova, das wir auch hier neben dem Deutschlandfunk produzieren und in Berlin. Und wir freuen uns alle, dass Sie hier hoffentlich ein sehr spannendes, lehrreiches und unterhaltsames Wochenende haben. Wir arbeiten hier im Deutschlandfunk, das ist ein bisschen abseits vom Schuss, das werden Sie bei der Anreise gemerkt haben. Es gibt Medienhäuser in Köln, die liegen etwas zentraler. Wir spüren schon auch, dass wir manchmal, auch jetzt nicht nur örtlich, sondern auch thematisch, publizistisch näher ran müssten. Dass wir mehr Input brauchen könnten, dass wir auch als öffentlich-rechtliches Traditionshaus uns mehr öffnen könnten und uns gerne in Zukunft auch mehr öffnen möchten. Und da sind wir ja auch eigentlich beim Thema des Wochenendes. Podcasts bieten, so sehen wir das, daran glauben wir ja auch beim Deutschlandfunk, unendliche Möglichkeiten, auch für uns. Radioleute finden Podcasts großartig, das muss man einfach sagen. Das ist nicht irgendeine Marotte aus dem abgelegenen Bereich der Gesellschaft, sondern das ist für uns hier zentral. Wir sind Fans. Audio ist auch unser Geschäft, das ist klar, auch als lineare Radiomacher. Aber es ist eben das, auch Podcast inklusive, was wir alle hier, ich glaube, das verbindet uns hier auch bei dieser Veranstaltung mit Liebe und Herzblut machen. Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur in Berlin und eben auch bei Deutschlandfunk Nova. Sicher liegt auch eine Herausforderung in so einer Veranstaltung wie der, die jetzt hier stattfindet, für uns Radiomacher. Podcast ist eben auch was Besonderes, ist was anderes. Podcast bedeutet eben nicht, das haben wir in den zehn Jahren, in denen wir jetzt das digitale Deutschlandfunk Nova machen, auch gelernt. Bedeutet nicht eins zu eins, das weiterzumachen, was wir im traditionellen linearen Hörfunk an Traditionen mitbringen und auch besonders gut können. Wir sind ja auf einem Weg auch als Deutschlandfunk-Programme. Wir machen sicher manches richtig, aber klar, es gibt zum Beispiel, vielleicht kennen Sie die DLF Audiothek, wo eben Podcasts eine ganz wichtige Rolle spielen. Ich nenne mal vom Deutschlandfunk der Tag, lakonisch elegant von Deutschlandfunk Kultur oder auch von DLF Nova eine Stunde History. Das sind erfolgreiche Formate, aber es gibt eben auch für uns keinen Grund zur Selbstzufriedenheit und wir haben immer wieder festgestellt, auch im Austausch mit Macherinnen und Machern aus der freien Szene, wie viel wir da auch noch lernen können. Es geht also auf jeden Fall noch mehr. Wir alle, denke ich, haben Potenzial und wir wollen ja auch solche Veranstaltungen hier gemeinsam erleben, um dieses Potenzial noch stärker zu nützen. Wir wissen auch, dass immer mehr Hörerinnen und Hörer, gerade in einer jüngeren Zielgruppe, nicht einfach nur Radio einschalten. Sie suchen gezielt nach bestimmten Erzählformen, unterschiedlichen Plattformen oder unabhängig von Plattformen. Und als ich so einen Überblick mir über das Programm der nächsten drei Tage hier gemacht habe, fand ich auch, dass das in ganz hervorragender Weise hier und auch in der ganzen Vielfalt vertreten ist. Sie sind ja hier wahrscheinlich, vermute ich, alle aus einem Grund. Sie machen Podcasts, Sie hören Podcasts, Sie lieben Podcasts und dieses Wochenende wird, glaube ich, vor dem Hintergrund eine sehr coole Sache werden, dass es Ihnen allen die Gelegenheit gibt, diese Liebe und diese Leidenschaft hier noch zu vertiefen. Ich freue mich, dass wir Ihnen als Deutschlandfunk einen öffentlich-rechtlichen Rahmen bieten können. Das möchten wir auch an der Stelle mal betonen, dass wir nach innen und nach außen ein Forum sein möchten, auch für neue Entwicklungen. Also nicht, wenn Sie die Architektur hier von draußen sehen, wird hier so etwas abgeschlossen. Das ist sicherlich der Stil der 80er Jahre, hat ein bisschen was von so einer charmanten Geheimdienstakademie. Ist aber, hoffe ich, deutlich hörbar in unseren drei Programmen, dass das genau nicht unsere publizistische Haltung ist. Wir möchten ein offenes Haus sein, wir möchten offene Programme anbieten. Und auch vor dem Hintergrund, ich sehe ja auch sehr viele jüngere Kolleginnen und Kollegen, es werden ja auch einige aus unserem Programm teilnehmen dürfen, ist das eine ganz, ganz prima Gelegenheit auch für uns, Offenheit und Aufgeschlossenheit gegenüber dem Neuen hier seitens des Deutschlandfunks auch nochmal zu betonen. So, vielleicht können wir uns ja auch am Wochenende, da bin ich auch sehr gespannt, ein paar Sachen abschauen bei der Subscribe. Organisationsabsprachen, habe ich gehört, sind sehr effektiv, effizient über Slack und Skype gelaufen. Also breites Engagement, Bereitschaft zur Aufgabenübernahme statt hierarchischer Aufgabenvergabe ist auch ein Thema für eine Institution für uns. Da haben wir sicher Lernmöglichkeiten und da liegt sicherlich auch hier im Deutschlandfunk noch ein Stück Weg vor uns. Also nochmal schön, dass Sie da sind. Fühlen Sie sich wirklich insgesamt zu Hause und unter Freundinnen und Freunden. Ich weiß, dass die Subscribe ausdrücklich keine Messe in einem üblichen Sinne sein will, sondern Tim hat es gesagt, ein Community-Meeting, also ein gemeinschaftliches Treffen aller Podcasterinnen und Podcaster, jetzt schon zum zehnten Mal. Also eigentlich seid ihr so alt wie die Radio Wissen slash Deutschlandfunk Nova. Und Sie treffen sich hier nicht nur, das finde ich bemerkenswert, weil ihr Arbeitgeber es von Ihnen verlangt, sondern weil Sie für die Sache brennen. Und umso lieber sind wir auch hier Gastgeberinnen und Gastgeber. Ich wollte mich nochmal bei allen bedanken, das ist auch für uns ganz wichtig, die dafür sorgen, dass die Subscribe hier so stattfinden kann. Ist keine Selbstverständlichkeit, auch in der Breite, in der Sie hier sind und mit dem Aufwand, den Sie alle auf sich genommen haben. Vielleicht nochmal ganz besonders bei Klaas Rehse, der hier auch für uns und Sie sehr intensiv in den letzten Wochen und Monaten gearbeitet hat. Und Manfred Ratz, der wurde eben schon gewürdigt, das ist wirklich auch eine Leistung hier organisatorisch, alles so wunderbar und technisch gut versorgt im Kammermusiksaal unterzubringen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wünschen Ihnen alle hier drei tolle Tage im Deutschlandfunk, über die Sie hoffentlich noch lange reden können, die Ihnen viele neue Ideen bringen, weil Sie dann richtig gute Gespräche geführt haben, werden spannende Ideen für neue Projekte. Und was ich besonders erstaunlich finde, ist Ihnen, dass die Kantine noch in den Abendstunden was Ordentliches zu essen anbietet. Da haben Sie sich schon einen Vorsprung erarbeitet. Wir werden mal prüfen, welche Verhandlungswege da beschritten wollen. Vielleicht kann man das ein bisschen dann auch beherzigen für uns, die hier jeden Tag arbeiten dürfen. Ja, ich hoffe wirklich, dass es Ihnen Spaß macht, dass Sie sich hier hören können, dass Sie sich sehen können. Übrigens auch noch ganz wichtig, Kölsch und Cola am Abend gehen auf unseren Deckel. Und in diesem Sinne viel Erfolg hier, viel Spaß. Schön, dass Sie da sind. Danke. Ja, vielen Dank, auch nochmal von meiner Seite. Dann kann es ja langsam mal losgehen. So, jetzt machen wir mal kurz das mit dem Handheben. Wer von euch ist das erste Mal auf dieser Veranstaltung? Das sind mal so fast alle. Genau, das dachte ich mir nämlich schon. So, jetzt die Veteranen. Wer war schon zweimal da? Schon dünner. Dreimal. Viermal. Jetzt sind wir schon so auf 10, 20 runter. Naja, ich will mich nicht weiter quälen. Morgen kommen ja noch einige Leute dazu. Und wie das immer so ist, ein paar müssen dann immer doch nochmal absagen. Aber ich denke, es ist vielleicht nochmal ganz wertvoll, kurz hier unser Selbstverständnis nochmal ein bisschen dazu legen. Also das Sendezentrum, das ist so eine lose Gemeinschaft von Leuten aus der Podcast-Landschaft, die sich hier zusammengefunden haben. Aber an der Stelle auch Grüße an Ralf und Claudia, die leider heute Abend noch nicht dabei sein können. Claudia gar nicht. Ralf kommt morgen dann dazu und wird uns nochmal mit einem schönen Vortrag verwöhnen. Wir drei haben das irgendwann mal angestoßen. Aber letzten Endes ist es halt keine klar definierte Gruppe, sondern es sind im Prinzip alle, die hier in irgendeiner Form mitwirken, sind das. Was haben wir damit bezweckt? Wir wollten also von vornherein einfach einen Ort schaffen, um die Community zusammenzubringen, einen Erfahrungsaustausch zu organisieren, die Wissensweitergabe an der Stelle zu fördern. Und generell die Kollaboration in dieser Szene auch in irgendeiner Form zu unterfüttern, gemeinsame Projekte anzustoßen und vielleicht dann sozusagen auch als Community einen gewissen Einfluss zu entwickeln. Das ist uns streckenweise auch schon gelungen. Da ist sicherlich auch noch Luft nach oben. Und ja, wir sehen das Ganze so als so ein Ökosystem, was sich hier eben schrittweise weiterentwickelt und was auch schon eine ganze Menge Kreativität hat frei werden lassen. Was ist das für so ein Ökosystem? Also abgesehen von der Subscribe selber gibt es zum Beispiel das Podcast-Partner-Projekt. Das wird hier auch präsent sein. Nein, das ist eine Gruppe von Leuten, die einfach gesagt haben, wir wollen anderen Leuten, die neu sind mit dem ganzen Podcast-Thema, wir wollen die an die Hand nehmen, wollen ihnen einfach Hinweise geben, wie man es machen kann, wie man fragen kann, Vernetzung schaffen, Quellen nennen, alles Mögliche. Ralf hat dann auch mal das Sendegate losgetreten, ziemlich erfolgreiches Forum. Einige von euch werden sich dort schon immer getummelt haben, manche kennen es vielleicht noch nicht, aber es ist erstaunlich, was dort alles an Information und Kommunikation zusammengetragen wird. Und auch dieses Subscribe hat sich auch teilweise darüber organisiert. Subscribe selber hieß auch irgendwann mal anders. Das Ganze fing an mit der Idee eines Entwicklertreffens. Da war eigentlich so ein bisschen der Gedanke dahinter, wir möchten gerne mal die Leute zusammenfinden, die das Ganze vielleicht technisch vorantreiben können, weil 2013 sah es doch noch sehr dünner aus. Einen Podcast zu veröffentlichen war einfach schwierig und es war einfach klar, dass wenn man hier irgendwas verbessern möchte, dass man da die Technik aktivieren muss. Das hat dann so als Treffen nicht ganz so gut funktioniert. Haben wir es ein bisschen umgedreht, den Podcast-Workshop drauf gemacht. Damals lief das auch noch alles unter diesem Podlove-Begriff. Viele haben das dann ein bisschen missverstanden und dachten so, ach ja, Technik und so ist ja gar nicht so mein Ding. Und irgendwann haben wir das dann eingesehen und haben dem Ding quasi einen eigenen Namen gegeben und dann einfach mal frech weitergezählt. Das heißt, eine Subscribe gab es in dem Sinne bisher eigentlich nur dreimal unter diesem Namen, aber davor schon über Jahre. Und vor allem auch lange Zeit im Halbjahresabstand gab es eben diese Veranstaltung, die eigentlich jetzt immer noch genau das ist, womit wir mal angefangen haben. Zuletzt waren wir, also am Anfang waren wir vor allem immer in Berlin, dann haben wir es mal in München ausprobiert. Dann ist es uns nicht gelungen, in Berlin wieder mal eine Location zu finden, wo wir das auf dieselbe Art und Weise so durchführen konnten. Das Leben, andere Dinge kamen noch dazwischen, sodass wir jetzt die letzten beiden Male beim Bayerischen Rundfunk zu Gast waren. Das war auch total super und dann waren wir schon wieder voll in Aufbruchstimmung und haben es dann wieder zweimal nicht geschafft, diesen Halbjahrestermin einzuhalten und waren dann eigentlich ganz froh, dass wir hier frühzeitig schon vor über einem Jahr hier diesen Termin in Köln haben, so sichern können. Und naja, da sind wir ja jetzt. Wie es weitergeht, kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen. Wir bemühen uns, das in irgendeiner Form fortzuführen. In gewisser Hinsicht habe ich auch das Gefühl, dass jetzt mit dieser zehnten Veranstaltung die Sache sich vielleicht auch nochmal neu definiert und euch wird ja auch selber aufgefallen sein, dass sich die Landschaft um uns herum auch extrem verändert hat. Vor ein paar Jahren waren wir halt noch die Einzigen, die das Wort überhaupt ohne Zungenbrecher aussprechen könnten und jetzt schreien ja irgendwie alle danach. Manche finden das toll, manche sind da vielleicht ein bisschen beeindruckt, dass es so ist. Das werden wir glaube ich hier auch alles nochmal neu erörtern, aber grundsätzlich kann man sagen, diese Medienform hat sich ihren eigenen Platz in der Landschaft erarbeitet, ist jetzt da, geht auch nicht mehr weg. Und wir hoffen, dass das jetzt hier der Ort ist für euch, das auch alles weiter zu vertiefen. Ja, insofern bin ich sehr froh, dass ihr alle gekommen seid und jetzt werden wir nochmal so ein bisschen organisatorisch ein paar Sachen herunterbieten, die ganz wichtig sind. Aber eins vor allem, wir wollen hier gemeinsam einen Workshop machen. Wir sehen diese Vortragsleistung, wir sehen es nicht als eine Konferenz, wo Dinge zur Schau gestellt werden, sondern wir wollen hier unsere Erfahrungen teilen. Also nutzt die Gelegenheit, trefft euch, tauscht euch aus. Wir haben diverse Angebote geschaffen, da wo ihr das Gefühl habt, dass noch was fehlt, könnt ihr diese auch selber füllen. Wenn ihr das Gefühl habt, man kann hier vor Ort noch schnell mal irgendwas verbessern, sprecht uns an. Das Orga-Team habt ihr ja schon kennengelernt. So, jetzt Klaas, Daniela, kommt ihr nochmal dazu? Oder Stefan, hast du auch noch was? Wir schauen mal, ja? Genau. So, ja, organisatorisch. Klaas, du kennst die Räume ja am besten. Ja, ich fahre schon zwei, drei Mal. Sag doch mal was, genau. Also diesen Lageplan haben hoffentlich alle schon mal gesehen. Der große Vorteil an der Veranstaltung ist, dass alles nur im Erdgeschoss stattfindet. Also, wenn ihr euch irgendwo verlauft, einfach im Kreis laufen, irgendwann kommt er an, wo ihr hinwollt. Ihr seht das Saal, das ist da, wo ihr jetzt seid. Das ist praktisch da, wo wir auch die größten Veranstaltungen machen können. Hier passen 300 Leute rein. Und dann gibt es vier kleinere Räume. Ihr seht die Buchstaben A, C, D, B. Ich habe mich auch gefragt, warum nicht einfach A, B, C, D? Es ist der Größe nach. Danke, Stefan. Gute Idee. Richtig, richtig gute Idee. Okay, genau. Dann vielleicht noch wichtig, direkt bei dem Saal D, da seht ihr oben die Flasche und das Essen. Da wird dann das Essen immer gereicht. Und vor dem Saal, vielleicht kannst du mal ein Foto weitergehen, da wart ihr jetzt ja eben auch schon, da ist unser Foyer. Da wollen wir uns dann treffen, vor allen Dingen auch am Abend so zum Ausklang bis 23 Uhr, um da dann halt auch noch lecker Kölsch zu trinken. Und wenn man aus diesem Saal rausgeht und rechts rum, dann gibt es auch die Möglichkeit zum Podcasten oder sich Technik zu zeigen. Wobei wir auch gesagt haben, da sind so Garderoben, der Sound ist nicht so gut. Wenn ihr also Podcasten wollt, dann am besten vielleicht einfach draußen im Foyer auf den roten Sitzen. Da könnt ihr auch sagen, ich will podcasten, ich darf hier sitzen, also praktisch wie in der Straßenbahn. Das ist ein Platz für Podcaster. Genau, und das ist die Lötecke, die habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Wer löten will, ganz wichtig, erst morgen. Weil erst morgen ist die Brandschutzanlage darauf ausgerichtet. Wer heute lötet, könnte dafür sorgen, dass dieses Haus geräumt wird. Also bitte nicht heute löten, erst morgen. Und rechts seht ihr auch, da ist eine Tür. Die Tür führt nach draußen. Dort können wir auch essen, rauchen, quatschen, was auch immer. Und das ist auch der Weg, wo man dann, wenn man quer rüber geht, in die sogenannte Sendepause kommt. Habt ihr eben gesehen, die Flasche und das Essen. Dort gibt es heute das Abendessen, Samstag Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Sonntag Frühstück und Mittagessen und ihr habt es gehört, die Getränke sind frei überall. Nur einen Hinweis habe ich, in diesen Raum bitte keine Getränke mitbringen. Keine Flaschen, gar nichts. Das ist nicht nur heute so, das ist immer so, weil das ein ganz besonderer Saal ist hier. Und deshalb bitte an diese eine Anweisung halten, in diesem Saal keine Getränke bringen. Hat einen Vorteil, es können keine Flaschen umfallen, sodass der Vortragende irritiert wird. Jawohl, so viel von mir, vielen Dank. Ja, dann wollte ich euch noch kurz was zum Programm erzählen. Ich habe mir erstmal ein paar Zahlen aufgeschrieben. Zahlen sind immer gut. Wir haben dieses Jahr 61 Einreichungen gehabt. Ich habe es jetzt leider nicht geschafft durchzuzählen, wie viele angenommen worden sind. Aber ich habe mal die Speakerinnen durchgezählt. Es sind 65 Personen, die auf der Bühne stehen werden. Und ich habe auch mal die Quote durchgezählt. Wir haben 60 Prozent männliche Personen und 40 Prozent weibliche Personen. Es tut sich also langsam was, aber da geht natürlich immer noch ein bisschen mehr. Das merkt man auch an dem Schwerpunkt, den wir morgen Vormittag gelegt haben. Also morgen haben wir ein bisschen geguckt, dass wir gerade im Kammermusiksaal Schwerpunkte on Block legen. Das ist dann vormittags schon so die Diversität. Da gibt es einen Vortrag von Haus 1 und auch von Rise and Shine, den Vortrag 10 Thesen zum Minderheiten-Podcast. Dann gibt es nachmittags Community-Projekte. Da haben wir so die großen vier. Das sind Ultraschall, Studio Link, Podlove und Euphonic. Und dann am späten Nachmittag haben auch die Medienhäuser diesmal relativ viel eingereicht. Das sind Spiegel Online, Zeit Online, Deutschlandfunk und die Süddeutsche Zeitung, die hier in dem Saal einen Vortrag halten werden. Im Workshopraum A geht es danach weiter mit Musik im Podcast. Da gab es dieses Jahr auch drei Einreichungen zu, die wir auch versucht haben zusammenzulegen. Es gab heute und gestern noch mal viele Änderungen im Fahrplan. Ich versuche den immer zu aktualisieren. Dann gibt es eine neue Version. Schaut einfach mal rein, wenn sich was ändert. Becci versucht dann auch immer mit ihren Tweets sie aktuell zu halten, dass ihr auch zehn Minuten vorher immer bei Twitter seht, welcher Vortrag kommt jetzt als nächstes. Ja, und wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Programm habt, kommt gerne auf mich zu. So, Zeit ist jetzt auch fast rum. Ich schließe noch mal ab, damit alles mal erwähnt worden ist. Also wenn ihr hier in irgendeiner Form präsentiert oder am Workshop teilnehmen wollt, etwas zeigen wollt, in jedem Raum ist immer Anschluss mit HDMI. Adapter für die gängigen Ports gibt es. Audio wird in der Regel dann immer über Klinke abgegriffen. Wenn ihr hier Audio machen wollt, sagt es bitte vorher deutlich an, damit das dann auch entsprechend freigeschaltet ist und ihr nicht mitten im Vortrag feststellt, so man hört ja gar nichts. Generell, die bitte keine Kabel umstecken, wenn irgendwas eurer Meinung nach nicht richtig ist, leiten wir das direkt hier ins Team vom Deutschlandfunk weiter. Die finden es nämlich dann nicht so schön, wenn überall irgendwie irgendwelche Installationen vorgenommen werden. Also Technikschränke insbesondere, aber auch Bodentanks, alles bitte nicht anfassen, sonst aua. Wir zeichnen auf hier im Hauptsaal mit Bild und Ton und im Workshop A ebenfalls. Sollte eure Veranstaltung so intim sein, dass ihr das nicht möchtet, müsst ihr das vorher nochmal anzeigen. Live.subscribe.de führt euch schnell zu dem Link, wo man das Ganze auch live empfangen kann. Also wir streamen das auch alles live. Später wird das Ganze auch bei YouTube zu finden sein. Ein Workshop Raum B ist nochmal besonders, da haben wir nur eine Audioaufzeichnung, die läuft aus technischen Gründen da immer mit, dessen solltet ihr euch bewusst sein. Und ja, ich glaube, damit ist sogar schon fast alles dazu gesagt. Dann gibt es noch Führungen, die hier organisiert werden. Es gibt DERA 6, davon sind drei schon ausgebucht. Es gab die Möglichkeit, sich da vorher im Sendegate einzutragen, das haben schon einige von euch gemacht. 15 Plätze sind pro Führung frei. Eine ist, glaube ich, im Sendegate noch ein paar Plätze frei, da könntet ihr euch schnell eintragen. Ansonsten gibt es morgen noch die Möglichkeit, zu den hier angegebenen Terminen euch spontan an der Goderoba einzufinden und dort euch schnell zu registrieren. Wie gesagt, 15 ist so das Maximum und dann werdet ihr hier schön durchs Haus geführt, könnt euch Studios angucken und andere Dinge sicherlich für manche sehr interessant. Ansonsten möchten wir natürlich, dass ihr kommuniziert mit uns und wir möchten vor allem auch, dass ihr kommuniziert mit euch, denn es geht ja um euch. Und wir haben dazu, wie beim letzten Mal, so einen Slack. Manche haben sich von euch da schon eingetragen. Ihr könnt auf diese URL gehen, slackinsubscribe.de, eure E-Mail-Adresse antragen und dann kriegt ihr da so eine Einladung und könnt euch daran beteiligen. Das heißt, das ist ein Ort, wo ihr Fragen stellen könnt, Leute finden könnt. Ihr könnt im Kanal Orga auch die Orga explizit nach Dingen fragen. Also wir versuchen da möglichst zeitnah zu reagieren. Beim letzten Mal, das haben wir jetzt nicht ganz so extrem vorbereitet, gab es verschiedene Anstrengungen im Sendegate, Vorträge mitzuschreiben, zu dokumentieren, Links zu erfassen, Shownotes zu machen quasi. Wer sich befleißigt fühlt, hier was zu machen, kann zum Beispiel in den Doku-Kanal gehen, sich dort mit anderen auch absprechen und ich habe so den Eindruck, das findet sich dann im Zweifelsfall alles selber. Ich glaube, die Personen, die das letzte Mal im Wesentlichen losgetreten haben, alle leider diesmal nicht dabei, deswegen müssen wir da neue Wege finden. Oder ihr denkt euch irgendwas anderes aus, also das ist auf jeden Fall ein Ort, wo ihr miteinander sprechen könnt. Und ansonsten könnt ihr natürlich hier auch überall sonst sprechen, weil sonst werdet ihr ja nicht hier. Wir haben hier diese ganz tolle Teilnehmerinnenwand, das heißt, jeder von euch hat ja am Anfang so viel ausgefüllt und sich wahrscheinlich gefragt, wozu wollen die denn das jetzt schon wieder wissen? Deswegen, weil wir das jetzt alles ausgedruckt und aufgehängt haben, also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr da irgendwo hängt, ist recht groß. Ein paar Nachzügler können sich gerne dort auch noch aufhängen lassen, sprecht uns gegebenenfalls nochmal an. Nicht jeder hat jetzt die Gelegenheit, das Suche und Biete auszufüllen, ihr könnt euch gerne einfach einen Schreiber nehmen und das bei euch dann einfach dazuschreiben. Und ich würde euch einfach empfehlen, wenn ihr es nicht schon längst getan habt, da einfach mal ein bisschen lang zu wabern und mal zu gucken, wer denn noch so da ist. Da entdeckt man dann immer wieder interessante Projekte beziehungsweise Podcasts, die man vielleicht schon kennt oder immer mal kennenlernen wollte. Ja, ansonsten, Raucher ist klar, denke ich, geht einfach in den Innenhof, hier ist natürlich kein Rauchen erlaubt. Die Garderoben sind jetzt auch eröffnet, ich glaube, manche hatten noch ein paar Koffer und so weiter hinten irgendwo abgestellt. Das könnt ihr alles an den Garderoben jetzt abstellen. Nutzt die Teilnehmerinnenwand, ich habe es schon gesagt und ansonsten bei Fragen einfach fragen. Und natürlich möchten wir, hast du noch was hinzuzutragen, Claudia? Ich darf jetzt eigentlich den letzten Punkt gerade sagen. Sag mal, vorletzter Punkt. Ja, eigentlich also jetzt auf dieser Folie gerade der letzte Punkt. Ich hatte ja gerade schon verraten, das ist meine erste Subscribe. Normalerweise treibe ich mich eher so im CCC-Umfeld rum und ich habe viele Gesichter schon mal, ja, ich sehe winken. Ich habe viele Gesichter auch beim Kongress gesehen. Beim Kongress gibt es auch Be Excellent to Each Other. Das ist eine super tolle Sache und führt dazu, dass es eine Atmosphäre ist, in der sich alle wohlfühlen können, in der sich alle sicher und zu Hause fühlen können. Und was ich hier schon gelernt habe bei meinen ersten paar Stunden, meiner ersten Subscribe ist, es ist eine verdammt geile Community. Und damit das auch für alle so ist und für alle so bleibt, be excellent to each other. Das heißt, vielleicht auch Fragen, bevor man irgendwen direkt ins Gesicht fotografiert oder auf dem Bildschirm. Das sind so Sachen wie aufeinander aufpassen. So, wenn jemand neben euch sitzt und gerade so aussieht, als ob es ihm oder ihr nicht gut geht, vielleicht mal kurz nachfragen. Und für den Fall, dass sich irgendjemand von euch nicht sicher oder nicht wohl fühlt oder sich irgendwo angegangen fühlt, das kann passieren. Wir sind alle Menschen. Meldet euch doch einfach kurz, entweder bei den Podcast-Partinnen oder beim Orga-Team. Ja, das war mein ganz wichtiger Punkt und lasst einfach diese unglaublich cool Community weiterleben. Ja, so machen wir das. Viel Spaß am Gerät. Ich wünsche euch tolle Tage hier auf der Subscribe. Applaus Applaus Vielen Dank.